Für Bayerns stellvertretenden Regierungschef Hubert Aiwanger war es ein Heimspiel. Beim sogenannten politischen Giller-Moos am Montag im niederbayerischen Abendsberg wurde der Chef der Freien Wähler von seinen Anhängern gefeiert. Schon vor seiner Rede gab es viele Applaus und Sprechchöre. Aiwanger bedankte sich für die Unterstützung. Direkte Aussagen zum Thema Flugblatt-Affäre vermied er allerdings. In seiner Rede ging es vor allem um die klassischen Wahlkampfthemen wie die Verhinderung des Heizungsgesetzes und einen strikteren Kurs beim Thema Migration. Deutschland werde derzeit politisch gespalten. Die Demokratie sei in Gefahr, so Aiwanger. Wir können nicht unbegrenzt Leute ins Land lassen, ohne Ausweis, ohne Herkunft, ohne irgendwas. Und die sagen alle Asyl, Asyl und wir sagen, naja, passt schon. Ich habe damals gewagt, das zu kritisieren und wurde damals schon massivst als rechts abgestempelt. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, diese Entwicklung von damals war mit eine Ursache dafür, dass heute das Parteien-Spektrum sich so gestaltet, wie es ist, weil die politische Mitte diese Themen nicht mehr angefasst hat, weil sie in Deckung gegangen sind. Seit Jahren zeige seine Partei, dass sie für Meinungsfreiheit stehe, sagte Aiwanger. Der Bundesregierung warf er vor, das Land so wörtlich rückabzuwickeln. Deutschland drohe ein Wohlstandsverlust. Bei seinen Anhängern kam das offenbar gut an. Uwe Aiwanger, sein Auftritt war heute sehr staatsmännisch, sehr gut, sehr, sehr sachlich. Und die ganzen Affären, oder was da für Spekulationen waren, haben die anderen ausgeräumt. Es war aus unserer Sicht einfach perfekt. Man hat es auch an die Sprechkörner gehört, ich würde fast sagen, es war halt gigantisch. Ich finde, der war am Anfang sehr verhalten. Ich kenne ihn frühestens noch hitziger, aber heute hat er sehr gut gesprochen und sehr bedacht, eben wegen der Presse wahrscheinlich. Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder und Aiwangers Freie Wähler streben nach der Landtagswahl eine Fortsetzung ihrer Koalition an. Rechnerisch wäre das laut Umfragen von Anfang August auch möglich.